Hör auf! Hör auf! Was machst du da, Digga? Nein! Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir spielen Sniper vs. Monster Truck. Das bedeutet, heute mit iCryMix, Denno und Kasper müssen wir probieren, uns gegenseitig abschließend freuen. Die sind auf jeden Fall mega, mega heftig. Da soll ich auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Bei 10.000 Likes für eine weitere Episode. Und ihr seht es schon im Hintergrund. Es geht ab. Da soll ich auf jeden Fall gerne noch ein Abo da. So, Max, Digga. Bist du ready, dass wir gleichzeitig losfahren? Ey, wir müssen gleichzeitig. Ich warte hinter der Wand. Ich auch, Digga. Ich bin ready. Sniper, Alter. Komm, wir machen erst mal. Okay, Kasper, pass auf. Ich nehme hinter auf. Attacke! Und? Sie kommen! Vorsicht! Auf die! Das Ding ist, die können es halt so leisten. Na, was denn? Ist ja saulangsam mit den Dinger. Die gucken beide auf mich, Max! Wow! Vorsicht! Max, ja! Nein! Ja! Digga, wie Kasper einfach runterfliegt, Alter. Schlecht, Alter. Ihr seid ja so schlecht. So, guck mal, hier, komm. Auf Denno! Oh, Baby! Auf Denno! Oh mein Gott! Oh, Digga! Er ist mit dem Monster Truck einfach schon obendrauf! Oh, Denno! Denno! So! Schieß ihn ab! Schieß ihn ab! Denno! Ach, Digga! Da kannst du nix mehr machen! Ja! Aber die Monster Trucks sind halt schon kacke! Ja, Digga! Du bist halt easy dead! Digga! Ja, safe! Aber was ihr vergessen habt, Digga! Ich bin... Ich will nix callen oder so, ja? Ich will überhaupt nix callen! Aber ich bin zufälligerweise Monster Truck Master! Aha! Und ich spring da jetzt gleich rauf! Weißt du, was wir einfach machen, was die einfach nicht gecheckt haben? Wir können auch Blatt schießen! Ja, ist so! Das machen wir jetzt auch, Digga! Die Reifen sind so groß! Dann können die immer wieder neue... Denno! Wieso sind wir da nicht drauf gekommen? So machen wir das einfach! So! Digga! Warum hast du eigentlich nen Bademantel an? Was ist so'n Ding ist das? Digga! Weil ich einfach der Don bin! Ach der Don, Digga! Luge! Einfach Haare! Der Kombinations-Boss, Digga! Haare! Seine Farbe! Junge! Ich werd' euch holen, Alter! Ich bin unterwegs! Kaspar! Mach dich fertig jetzt! Wir machen die Scheren-Taktik! Wir machen die Scheren-Taktik! Okay, okay, okay! Wir müssen auf die unterschiedliche Richtung... Ja, ich guck, ich guck da vorne! Ich guck... Genau, du guckst rechts und links! Guck mal, wie sie die schön... Let's go, Digga! Fetts rein, Junge! Hä? Man kann gar nicht so leichten. Man kann gar nicht so leichten Platten schießen. Digga, er trifft halt einfach nicht mal die Rampe. Wenn ich weitergebe, müssen wir uns allein von der Zeit her schon gar keine Gedanken machen... Ja, ne? So, hier nen Platten geschossen... Okay, ich würd' sagen reinscheppern, oder? die können die darauf landen die können die darauf landen sind das geschossen das ist ein monster ja pass auf max andere seite nein 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 was geht denn ich habe eure seelen genommen ich drücke jetzt nur auf den auskopf ja du triffst no scope nicht mal und chilead du machst die mit der base zusammen schlagen dass wir halt einfach die absolut ich bin ready der 3 2 1 let's go richtig saftige angriff ist das hier wir müssen einfach gleichzeitig von einer seite ist bereit ja okay das läuft ja wieder richtig jungs ich habe am längsten überlebt finde ich gut finde ich gut so leite jetzt nichts drinnen und jetzt boxen müssen jetzt hobs nehmen ehrlich die werden jetzt so ich mache jetzt auf an der kraft ja ich habe ein geheimtrick komm max machen das jetzt so digga wir noskopen jetzt die noskoper ach nix noskope hier die gar nicht 10er paypal wenn ihr es schafft 10er paypal ok kaspar wie sieht es aus sehr gut erst mal entspannt die basis er hat mich halt das ding ist er hat mich berührt aber kein problem und wir ziehen mal ein bisschen knapp hier mit der explosions kiste naja der noch angeschossen oh junge ich bin ja fast led der stil kaspar kommt von deiner seite max oh der elefant digga ich habe ihn angeschossen easy digga da fallen sie er landet einfach auf mir drauf maxi draus digga leute das war der easy trick hier was machst du da einfach totgeschlagen du bist auch wieder ein genie alter jetzt kann ich doch runter gehen und ich habe ein gewehr und er nicht dann kann ich habe mich in der runden kennen digga nee nein wenn du runter gehst du schliffst automatisch echt jetzt kann er sich rechnen von den ganzen rennen ja wichtig da ist er weg ne max was machst du da Ready, set, go. Er ist drauf, Digga. Nein. Max, schnapp sie dir. Schnapp sie dir alle. Snipey, Digga. Du kannst losgucken. Ach so. Oh, Baby. Da ist er raus, Digga. Da ist er raus, Digga. Nein. Eins gegen eins, Alter. Oh mein Gott, Box, komm. Er hat jetzt ein Auto, ne? Das ist mein Vorteil, Digga. Das ist mein Vorteil. Ich sag's dir. Hier. Mein Vorteil. Ey. Wir sind drin, Digga. Jawohl, okay, okay. Ich muss das Auto sehen. Wenn du runterfällst, verlierst du, ne? Ja. Ey. Gucken mal, Digga. Es ist sogar noch leichter jetzt mit Monster Truck für dich, weil du kannst easier oben drauf landen. Eben, Digga, weil ich da so eine Stoßstange... Irgendwie so. So, Denno. Jetzt ist nämlich mal die linke Rampe. Die ist besser. Die ist nämlich aus dem Grund besser. Oh, Denno. Und Rückwärtsgang hoch. Hab ich gar nicht gesehen. Oh. Guck mal leid. Okay, es ist schon wieder ausgeglichen, Alter. Unglaublich. So, Kaspar, wo bist du? Okay, Kaspar, let's head. Okay, let's go, let's go. Er kommt, er kommt. Guck mal. Jetzt, Digga, Brox macht den, Digga. Er geht durch. Oh. Oh, Digga. Noll. Oh, okay. Einfach Headdy gedrückt, Digga. Setz deine Sonnenbrille ab, du Noob. Ja. Oh, nein. Oh, mein Gott. Hast du's geschafft. Bei mir bist du ohne runter. Haha. Komm. Ich hab ihn einmal gettet. Erst One-Shot erst. Nice, 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 nice. Schieß ihn ab, schieß ihn ab. Ich hab Denno. Hab ich so hops genommen, Digga. Tank zerstört, aber wie? Nein, ich hab ihn einfach Headdy gedrückt. Oh mein Gott, krass. Durch seine Sonnenbrille durch. Jungs, jetzt habt ihr verkackt. Ihr habt euch mit dem Fass. Ja, pass mal, Digga. Ja, pass mal, Digga. Ja, pass mal, Digga. Ja, pass mal, Digga. Das will ich sehen, Digga. Das will ich sehen. Ich muss mir nur kurz zu meinem Truck holen. Jetzt zieh nicht aus dem Auto raus, Digga. So, Kasper, jetzt will ich was sehen, Junge. Okay, jetzt geht los, geht los. Der Sniper ist einfach auch raus. Ach, der Sniper. Ich hab ihn getroffen. Sehr gut. Der Sniper erfährt. Oh. Nein. Nur Axt. Oh, Alter, du bist von mir kurz runtergefallen, Alter. Nein. Ich hab ihn nicht getroffen. Oh Gott, der kommt. Ja. Nein. Digga, landet nie. Oh. Einfach. Ja. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, oh. Du bist nicht gefährt. Oh. Nein. Oh, Max. Unten, unten. Leon ist unten. Ich gefährt. Alter, war das knapp. Das war richtig knapp. Okay, Max. Was machst du denn da? Warte, 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 Bro. Ich hab aufgeholt, dass die Verlierungstaktik. Das würde ich grad nach Albanien. Oh, das war zu früh, Bro. Das war zu früh. Ich fahr hier auch ganz kurz. Rechts außen rum. Jetzt, jetzt, jetzt. Okay, ich verlinke es. Verlinke es. So, jetzt, Digga. Attacke. Jetzt ziehen sie durch, Digga. Und er ist oben. Nein. Alter. Oh, oh. Digga. Das war so knapp. Oh, Max. Du bist direkt E-Container geflogen, Alter. So, und zack. Denno. Oh, Mann. Ah. Die sind so schlecht. Die sind so schlecht. Das müssen wir nutzen. Leon unten. Leon unten. Oh, nein. Du kannst es nutzen. Digga, Leon kann sich kurz Zeit unten nicht bewegen, wenn die fallen. Digga, da kriegen wir sie. Okay, Max jetzt. Max, mein bester. Da ist der Hit. Und ich geht hit. Da ist der Hit, Digga. Nein. Was ist denn los? Nein. Das war unerwartet, Digga. Boots. Oh, Mann. Jetzt unten. Nein. Jetzt unten. Nein. Komm, schieß. Aua. Er hat einen Hit. Er hat einen Hit. Boah. Junge, wir haben ihn gehitted. Ihr seid so schlecht. Sehr gut. Nein, der ist Monster Truck voll im Weg jetzt. Okay. Aua. Ich hab ihn gehitted. Erst One Shot. Erst One Shot, komm. Denno. Oh, Mann. Jetzt unten. Jetzt unten. Nein. Jetzt unten. Nein. Komm schon. Ey. Oh Gott. Digga, Max geht das aber nicht jetzt hinten, Digga. Digga, wie kann das sein? Rudi, Alter. Wir müssen ihn rausholen, Digga. Wir müssen ihn rausholen. Komm. Konzentrieren. Verwirrungstaktik. Albanien. Was ist jetzt? Nein. Easy going. Gott wichtig. Irre genommen. Von Biden. Okay, es geht los, Digga. Oh, ich hab Kasper angesniped. Ich hab Kasper angesniped. Und nochmal angesniped. Sie kommen, sie kommen. Wow. Wow. Das war knapp. Mega knapp. Oh, aber er hängt. Er hängt. Er hängt. Er hängt. Nein. Der macht einfach Wheelie. Nein. Da sind wir drauf, Digga. Nein. Oh, ist ja immer klapper. Jungs. Was ist da los, Digga? Oh, schnell. Der Tante, Tante, Tante. Nein. Nein. Bitte nicht Kasper, bitte nicht Kasper. Bist du bereit, Digga? Wir fahren los, zusammen. Digga, die Jungs nehmen wir raus. Los jetzt. Ey, pass auf. Ey, Mann, ey. Jawoll, Digga. Nein. Leon mein Beste. Ah, er fällt runter. Nein. Ich bin wieder hintergefallen. Digga, Leon hat mich weggebracht. Was war denn los? Was war denn los? Nein, nein, nein. Oh, Max. Kasper, Digga. Ich hab die Safety-Rolle gemacht. Oh. Er ist gegen Ziggyfahr. Die Safety-Rolle. Kann nicht sein, ey. Ja, die halbe Zeit. Komm, Deno, los. Warte, Kasper, warte. Wir müssen zusammenfahren. Okay, Max, jetzt müssen wir auf Deno, Digga. Let's go. Okay, Digga, let's fetz. Ich hab die Todesrolle hingelegt. Ich hab ihn angesniped, angesniped. Boah, Junge. Achtung, jemand kommt. Nochmal, ja. Kasper, klär das. Deno geholt, Digga. Und Kasper ist hier unten. Oh, Kasper, du musst auch mal drauf landen. Komm, Digga. Ja, ich versuch's. So, jetzt, Max, Digga. Jetzt kriegen wir ihn aber sowas von. Das wird ein mieses, mieses, mieses Game jetzt. Hä? 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 Ja, Kasper, Digga. Geh, geh. Ja, dann würde ich sagen, wir haben hier Ende oder was. Ist dein Internet abgespielt oder was? Ja, ich glaub schon. Caps Sue Tomas� Cup. Du Sei82. Ja, ich glaub schon. Ich personnel. Baal Fund. Ich bewirute. Das ist die Independence Hotel.